Oh, nicht du schon wieder! So, dieses Mal kriege ich auf jeden Fall... Warte mal... Okay, dieses Mal kriege ich auf alle Fälle, sagt meine Jade. Du entkommst mir jetzt nicht. Du hast den Bait? Time for a buzz. As easy as that. That'll take more than my nap time. The fight is set. You've proved I failed to send you. Okay, das lief jetzt beim besten Willen nicht gerade so gut. I can take it. Time for a buzz. As easy as that. Galeforce! Just a little something. Think nothing of it. Good as new. Nap time. This combat needs optimi... Hmph! This is double speed. You took the bait. The wind is rising. From the blue! That'll take more... Gut, jetzt können wir uns um die eigentlichen Kämpfe mal kümmern. Gut, jetzt können wir uns um die eigentlichen Kämpfe mal kümmern. Okay, das bringt mir nix. Moment, was für Gegner waren das jetzt überhaupt, die Datenbank? Okay, namenlose Ehre erst mal. Level 44, gut. Wir müssen, wie es aussieht, hier erst mal ein paar klitzekleine Anpassungen durchführen. 100% frei! Gut, jetzt werde ich auf jeden Fall die Jade kriegen. Gut, jetzt werde ich auf jeden Fall die Jade kriegen. Gut, eine Niederlage wäre jetzt eigentlich unwahrscheinlich. O, okay. Die Eise ist nicht so weit. Ja, genau so weit. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Ah, mehr enemies. Time for a buzz. Stay the course. This combat needs optimizing. This is double speed. Time for a buzz. Just a little something. Thank you. Unless I fail to send you, savor it for me. Okay, yes, Sala. Too little. I will dispatch you. I'm okay. Time for a buzz. Spirit never dies. The wind is rising. From the blue. Okay, Sala. I'm not sure it is now really a nerve-like situation here. I'm okay. I fail to send you all. The fight is set. That paradise savor it for me. Time for a buzz. Stay the course. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens Jahre erhalten. Unser Hauptziel wurde damit in die Tat umgesetzt. Let's do it again when you're leveled up. You're back. I've been monitoring the dark web. I barely managed to stop the video from spreading. The incident hasn't grown any bigger, for now. Now, how are things with you? Less than promising. Or to use a different phrase. We are in deep trouble. We're running out of time. Let's retrace our steps and evaluate the situation. From the data we've collected, there are three avenues we can explore. Die Erläuterung beginnt. First, Adler's Disappearance. He must have come across some vital information. I understand. Nein, dann doch nicht. First, the next angle is what the victims have in common. As tasteful as that discussion may be. Last, is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human... During prior unrest, instigated by the Everflame Mansion, some testify to seeing miscreants materialize from the Inferno. The flickering tongues of Duke Inferno's fire carrying a certain property. And this property is the secret behind spontaneous human combustion. Look. The answer is right there. This booklet describes a kind of fire that can phase through dimensions, claiming it burns through worlds, leaving numerous scions of flame behind. The kindling of this unique flame must be the missing curio that Hurt has been searching for. And Duke Inferno is evident. I fear that this is the truth that Adler discovered. I understand. Nein, it's not enough. I fear that this is the truth that Adler discovered. I fear that this is the truth that Adler discovered. I fear that this is the truth that Adler discovered. When Shirling said, Adler kept muttering about a phrase before he disappeared. I believe this word was actually phase. He saw member 29 Sir Call's research topic in this booklet and verified his hypothesis. As a scion of the phase flame, Duke Inferno would naturally share similar capabilities. Full-on phase shifting may be a bit too ambitious for him, but teleportation, that's likely more his speed. That is the truth of the spontaneous human combustion. The researchers didn't disappear. They were moved. We don't know where the victims went, but Duke Inferno's plan is now clear. And the sudden and consecutive disappearances provided the best environment for chaos to fester. Once the seed of unrest has sprouted, he will then send out an announcement for an imminent attack. It will push the crisis from the dark into the light, catalyzing it into new growth and bloom. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone realized their similarities? I need to say no more. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. We're running out of time. No. This is not enough. Du sollst jetzt als Köder herhalten. Das ist jetzt offensichtlich. Du sollst es sein? Was ist das? Asta! Asta! Stay calm. Asta was merely teleported. Her life was not in danger. Based on firsthand experience, I have ascertained that Ifrit's Flame is simply a splinter of the primordial Phase Flame, lacking any phase shift ability. Logic. Asta is still within the confines of the space station. Was machen wir jetzt? That flame must still be somewhere inside the station. Find it and we'll find a way to bring her back. A splinter, you say? The arrogance of the gifted is charming in its own way. Try then if you must. It seems that Duke Inferno didn't deign to personally grace the space station. He merely cast infernal fire into our midst to wreak havoc among the researchers. When the fire fizzles out, his malevolent plans will vanish without trace. I will head to Herta's office and activate the folded space in the curio storage room. With some changes to its parameters, I can use it to block the fire's teleportation routes and seal it inside the station. Mr. Ratio, please go with Mr. Trailblazer and contain the fire. Miss Natasha! Let's make the fire... Tja, machen wir das jetzt mal lieber so. Inferno fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. Follow it. Hm. Hm. Na gut, gehen wir dann jetzt ins Inferno. The way is a form of flames. It must have just teleported. Be careful. Get ready to dash into the fire. Tja, der gefaltete Raum verzerrte sich während der Ausbreitung des Infernos. Der Versuch, ihn zu durchstreifen, durchstreiten, durchschreiten, könnte eine Verschiebung der Raumkoordinaten nach sich ziehen und dich an einen unbekannten Ort schicken. Der gefaltete Raum, den die Raumstation benutzt, um entkommenden Kuriositäten entgegenzuwirken, er kann effektiv den Raum versperren und so gewöhnlichen Durchreißen stoppen. Die Raumischen Korridoren... Aha. Ja. 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 Ich kann seine Erlösungsroute mit nur einem schlafen Blick Ich bin okay. Ich frage Fragen. Das ist besser. Necessary. Just a little something. Unnecessary. The fight is set. Eliminating threat. Oh, verdammt nochmal dieses Problem mit der Cellteilung jetzt hier schon wieder. Bleib zurück, Clara. Bist du alles gut? Ich bin okay. Hier. Ich habe dich nicht gewöhnt. Ich habe dich nicht gewöhnt. Aber auf der anderen Seite schon eher? Tja, die andere Seite dann wirklich eher. Ich habe dich nicht gewöhnt. Ich habe dich nicht gewöhnt. Die Zeit ist für einen Schuss. Naptop. Ihr Ende kommt. Ihr Puh. Das Paradies, savor es mir. Annihilate. Ich will protect всех. Help me, Messiasora. Das ist ein Kommand. Ich bin gut. Okay, das war's dann jetzt auch mit den nächsten Viechern jetzt gewesen. S.A.S. Poughkeepi. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. That'll take nap time. Failed! A blade knows no mercy. The fight is set. Zero points. I need to be brave. Hide. Your answers? Answer me. Failed! Failed to send you. 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 I'm asking questions. Das hat nichts zu tun mit dir. Die Flamme wird stärker. Duke Inferno kann es nicht mehr mehr maintainen. Und dem Ende. Wenn es der Sack jetzt schlecht läuft, dann landen wir gleich wieder beim Inkubationsraum. Ach, verdammt nochmal, da hinten ist ja auch was für die Lebenspunkte. Was ist dein Ziel? Es scheint, dass dieses Geist zu Ende enden wird. Aber das Ganze weckt jetzt hier wirklich keine so guten Erinnerungen. Aber das Verspotten ist schon, er ist ja keine schlechte Fähigkeit. Also gut, Zeit für mathematische Protok- Berechnung. Eine Verfolgung war jetzt also nicht möglich. Verabschung, die Mehrheit der Wahrheit und Falschut. Der Kampf ist set. Zero Punkte. Das Paradies, savor es für mich. Just a little something. Thank you. Are you alright? I'm okay. Adjust. Stay back, Clara. Eliminating threat. Answer me. Free! Ah, it's over. It's over. You're in fools. Blindly chasing the firelight. Not knowing that the blessings of destruction already lie at their feet. It is never wonder that even the descendant of the Savior's Legion was unable to cleanse this place. I will acknowledge my brashness. I will acknowledge my brashness. For now. But next time, expect no intermediaries. I will come to personally offer you the demise of your sins with infernal fire. A small fragment of consciousness in there is gone. Duke Inferno has discarded this fire. Oh, no. Hold on. Oh, the banal theatrics of stalling. Let's not, shall we? Attest. Unnecessary. The fight is set. Unnecessary. Eliminating. I want to protect everyone. Help me, Mr. Tora. I'm asking questions. Answer me. Zero points. Okay. Okay, da hatten wir jetzt das Glück gehabt, dass es jetzt geklappt hatte. Not the measure of truth and falsehood. It should come back. Three. Zero points. That'll take more than medicine. Naptime. Hm. Just a little something. Think nothing. Unnecessary. Fail to set you. That paradise. Savor it for me. I need to be brave. Are you alright? I'm okay. Stay back, Clara. I want to protect everyone. Help me, Mr. Tora. That's better. Think. Your answers? I'll never forget you. Ruh! Are you all right? I'm okay. A blade knows no mercy. I'm not afraid of you. Eliminating threat. You're fast. It's your command. I'm asking questions. Answer me! Free! Time for a shot. Hm. Got the defense? Okay, das war jetzt aber schon mal nicht schlecht. Zero points. No. Auf alle Fälle ist der Doktor jetzt der Sack ein bisschen sauer. Is everyone so scary? Nap time. Free! Hm, just a little something. Think nothing about him. Not bad. I will dispatch you. Zero points. Answer me! So this is the extent of mystery materializing from the infernal. Seems like Dr. Primitive wasn't wrong. Zero points. Zero points. Zero points. Zero points. Zero points. Na ja, rein theoretisch müsste es so auch noch machbar sein. Not bad. Your answers? No. A blade knows no mercy. You're poop. The fire is weakening. It's preparing to flee. You, keep your eye out for Lady Aster's whereabouts. Not a truth. An option. Fail. Percival Medicus. Too little. Hm. Unnecessary. Zero points. Tja, der Doktor haut der Sack schon ordentlich rein. Tja, der Doktor haut der Sack schon kolomt. Is your death? Dekorant. You failed to send you. Failed to send you! Mediocre. Sacred of the Sack schon. Okay, das Ganze hätten wir jetzt theoretisch ein bisschen besser machen können. Ja, rein theoretisch kriegen wir das jetzt besser ein. Das ist besser. A blade knows no murder, and approaches. That paradise, savor it for me. I need to be brave. Okay, zuerst muss der Wolf mal wieder weg. Okay, das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Okay, jetzt macht der Zeklera wirklich alles viel besser. Wir haben den bösen Wolf besiegt, wir haben jetzt der Zeklera noch gehalten. Und hauen jetzt die Zeklera noch mehr rein. Das Paradies, savor es für mich. Okay, eine Niederlage in dieser Runde ist jetzt der Zeklera ausgeschlossen. Ihr answers? A test! Zero points! Mission Command. Eliminating Threat. Ich bin ein Bladen von Kippen. Du bist okay? Ich bin okay. So ist das, dass die Mischrechte aus der Infernung von der Infernung ist? Es scheint, dass Dr. Primitiv nicht falsch ist. Ich bin ein Bladen von Kippen. Die im Nullw暑, die Wahrheit und wahrheitliche Wahrheit. Einser mich! Ich bin egal. Sie bleib. Ich habe einziges Zeitalter. Zero Punkte. Es war mir nicht ganz gut. Ich bin egal. Das wird genau mehr als Medizin. Gut, läuft doch bisher jetzt alles. Ich sag hier viel besser und viel Versprechen halt zuvor. Gehe! Ich möchte alle zu retten. Help me, Messer Turok! Ihre Antwort? Answer me! Zero points! Are you all right? A miracle! Oh, die Strategie... Ist jetzt wenigstens einigermaßen aufgeregt. Gehe! Gehe! S.A.S. Knowledge! The measure of truth! And falsehood! Zero points! I want to protect everyone! Help me, Messer Turok! Okay, er hat, sag mal, ein paar Wiederbelebungsmöglichkeiten. Are you all right? Das lass ich hier sehr gut und gerne auch mal außer Acht. Hmph! 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 I failed to send you over. That paradise, savor it for me. Hmph! 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 I'm not afraid! Eliminating threat! Are you all right? I need me! Sacred of the Saints! Hmph! Hmph! Close to me! Time for a shot! Nap time! Ah! Stay back, Clara! A blade knows no mercy. You're not coming! I want to protect everyone! Help me, Messer Turok! Hmph! Just a little something. Think nothing about him. You're bad! You're up to five points forever! Hmph! Too little. I should come back. No reaction! No reaction! No reaction! No reaction! I should come back! You poor! I failed to send you! Just... Zero points! Damit sie ihn überhaupt erledigen können. S.A.S. Poccipi. No! The measure of truth! And falsehood! Hide! Feel! Stay back, Clara! Zero points! Gut, seine Wiederbelebungsmöglichkeiten sind jetzt auch gebraucht. Also starten wir jetzt sofort gerade auf den geletzten Angreifer. Nein! I need to be brave! I need to be brave! I need to be brave! Eliminating threat! Are you alright? I'm okay! I'm okay! I'm okay! Attached! Zero points! Now time! It should come back! Hmph, der Erfolg ist uns jetzt gewiss. Sofern dann nicht wieder ein paar Helfer erweilen. Stay back, Clara. I will dispatch you. You are pure mortality! Gott! Aus die mouth! Äh, wie geht es Asta? Rest assured, Asta only had a fright. She is recovering in the clinic. While you were chasing the enemy, the security department also found the missing researchers. Affirmation. They are all safe and sound. Wie habt ihr sie gefunden? It was all thanks to Adler. They fell into a spatial Curio and could not leave until the department of Ecology's most knowledgeable Curio expert solved it from within. Many of them were shaken by their experience, when Arlen found them. But they are otherwise fine. Is damit alles erledigt? Yes. It is over. Wieso habe ich das Gefühl, dass du nicht viel getan hast? This business is over. And I believe the space station will be able to deal with any internal aftershocks. In Hertha's stead, I thank you for your efforts, sir. But there is one mystery that remains unsolved. And that is something I must deal with myself. Okay, höchstwahrscheinlich was mit Dr. Wahrheit und dem Heliobi. So, Herdüberwachungsteam, hast du gehört, hm? Auf Forschungsleiterin Asta wurde angegriffen. Dieser Erzherzog Inferno. Acklässig, hinterhältig. Psychologische Angriffe waren schon immer die schrecklichste Art von Angriffen. In der Tat, es scheint, dass die Vernichtungsgang mehr ist als die blinde Gewalt und die vulgären Schlechter, die in den Gerüchten beschrieben werden. Wenn die Forschungsleiterin am Ende nicht gerettet würde, wären wir alle in großen, großen Schwierigkeiten. Nicht unbedingt, vielleicht ist sie diejenige, die das alles inszeniert hat. Sie führt eine komplexe List durch, indem sie sich absichtlich schadet um das Platzwenden. Diese Gedankengänge haben etwas für sich. Oh, das reicht, das ist lächerlich. Ist es das wirklich wert? All das nur für ein paar Internet-Tastaturkrieger? Hey, das stimmt. Wo wir gerade dabei sind. Wo ist der allererste Hetzer Rich Besserwisser? Und richtig, er klang wirklich rechtschaffen, als er mich in die Gruppe eindut. Mal sehen, der Typ hat die Gruppe verlassen, ohne ein Geräusch zu machen. Hier ist auf jeden Fall jetzt der Heliobi. Ich bin wunderschön. Ich bin wunderschön. Der Fall ist noch ein paar Dinge, nicht zu sagen. Was ist später noch ein paar Sachen zu tun? Es gibt noch viele Fragen, oder ist die Sicherheit der Spassungsstation unter deinem Begriff? Das ist genau das, warum ich hierher kam. After all, the principal figure in this whole affair is right here. When did you start to doubt me? When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. I've had the same bad habit as you since the beginning, Mr. Ratio. I must say I'm quite honored, Mr. Scroolam. But do explain, why opt for silent wisdom when you already had the pieces of the puzzle? For curiosity's sake, affirmation. I made the same decision as you, to accompany and observe. Oh, and when did you become convinced? Objectively speaking, aside from some minor spiritual trauma, no researchers were hurt in this attack, which never aligned with the Annihilation Gang's modus operandi. Logic? A third party saved them. Had I not fortuitously acquired a spark of the Fae's flame and intervened in Duke Inferno's teleportation, those people would already be space waste floating past the windows here. You are more candid than I calculated. But still behaving within your calculations, no? One last question, Scroolam. Genius though you are, can you deduce why I did this? I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak hints at the merciful instinct of a medical doctor. But maintaining a cool, detached observation reveals the strictness of a scholar. And pulling the strings from behind the curtain is akin to laying down the gauntlet to a genius. The ruler of planet Scroolam is indeed well versed in the human mind. It's a pity you are as much in the ivory tower as other geniuses. You still got one thing wrong. To stand aside and observe is the best treatment one can give. There is a disease called foolishness that is harder to cure than any ailment. The path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary can't even trace their footsteps. Those less gifted have no choice but to walk alone, enduring a lifetime of tumbles and triumphs. But even a life marked by failure is a life worth living. It is only in moments of solitude and despair, when help is absent, that fools grasp how to pick themselves up. I have a fastidious nature. I cannot stand fools, idiots, or imbeciles. Seeing them fills me with dread. Regrettably, this space station is just like the Intelligentsia Guild. Devoid of geniuses and filled with mediocrity. You wish to uproot the researchers' blind worship of geniuses. I am only laying out my questions. As for the answers, they'll find them themselves. Pursuit tinged with negativity is still pursuit, and it is capable of leading us to the right conclusion. For the masses of the mediocre to reach a level of awareness, this is a necessary right of passage. You are indeed more like a medical doctor than a scholar. As for the spark I leave behind... I believe Asta will deal with it properly. It is also a lesson I left for her. With that, I take my leave. I look forward to future encounters with such... brilliant minds. Let's hope they're as memorable as those we had today. Hm. A farce full of trivial concerns. Ultimately they're just mediocre minds. Tja, und weg ist der Doktor. Krone ist mundan und ionischen. Haben wir jetzt abgeschlossen. Und jetzt, ja, haben wir auch die Besucherverifizierung für Doktor Wahrheit erhalten. Tja, Hertha, ich habe gehört... Naja, was haben sie gehört? Ich habe gehört, was du getan hast. Gute Arbeit. Wie geht es Asta? Sie ist an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Ich meine mit Zug auf ihre Sicherheit. Worüber sollte man sich Sorgen machen, wenn ich in der Nähe bin? Das ist genau der Grund, warum ich mir Sorgen mache. Tatsache. Schade wegen der Phasenflamme. Ein Jammer, dass wir die Phasenflamme noch nicht gefunden haben. Egal. Ich betrachte es so, als würde Huan Mei mir einen Gefallen schulden. Das ist viel mehr wert. Dann hätten wir es geklärt. Tja, ich bin Ray Shio dankbar. Außerdem bin ich Ray Shio dankbar. Wer ist das? Was? Was? Tja, das jetzt sagt er nicht gerade sehr viel. Wartet mal, wie sieht es jetzt hier eigentlich aus? Oh, verdammt nochmal. Er ist da. Wie se... Doktor Wahrheitsnotiz 2, Kurzversion. Das muss wahrhaftiges Werk eines Genies sein. Nicht einmal der Technologieabteilung wäre eine derart unsinnige Forschungsmethode eingefallen. Wenn du diese Notiz liest, viel Glück. Wenn ich du wäre, würde ich schnell zu uns kehrt machen. Soll das ja heißen, dass diese Nachricht schon die ganze Zeit hier lag? Naja, wollen wir nochmal sehen, wie viele Levels bräuchten wir hier. Level 75, 66, 56, 46, 35. Naja, für das was ich bräuchte, wäre er sagt Stufe 3 angebracht. Muss man sagen. Ansonsten, als nächstes wäre dann auf jeden Fall... Mal sehen, wieder im Geschäft aus Reichweite ein Wagen. Schön empfindsam Wesen aus Kontrolle. Ein Lehrer und ein Freund. Routenrätsel. Nein, das ist alles nicht. Wo ist denn jetzt, sag hier, die Sache mit den Candymons? Exotische Haustiersammlung, Kultivierung. Hm, das wäre das, was wir als nächstes vorhätten. Jetzt allerdings nochmal kurz zurück zu unserem Doktor hier. Zeit für noch ein paar klitzekleine Level-Ups. Ah, okay, das nächste Level-Up ist also noch ein bisschen weit entfernt. Hm, wir müssen erstmal wieder 15 weitere Unterdrückungsideikte einsammeln. Bevor dann der Doktor die nächste Phase erreicht. Tja, ist zwar jetzt auch ein bisschen verschwenderisch. Aber hätte ja sein können, dass es jetzt das bringt. Wir haben zwar sowieso erst auch noch etliche Tage Zeit. Aber man hätte... Es hätte ja sein können, dass wir jetzt der Weg ausschauen. Kafka hätten kriegen können. So oder so. Im nächsten Part müssen wir dann erstmal die exotische Haustiersammlung beginnen. Die Kultivierung. So kriegen wir dann sowieso auch noch weitere Punkte für die namenlose Ära beisammen. Für weitere Level-Ups. Für weitere Materialien, die wir hier kriegen können. Tja, und dann... Mal sehen, was wir noch alles machen können. So oder so haben wir jetzt hier noch ein paar Erfolge freigeschaltet. Ein paar klitzekleine. Nicht gerade sehr viel, aber das hat uns wenigstens auch wieder mal ein bisschen was gebracht. So oder so. Die Trailblaze-Fortsetzung von Version 1.6 haben wir damit abgeschlossen. Ich bin damit der Sack jetzt zufrieden. Das Abenteuer auf Panaconi kann der Sack damit auch, sobald Version 2.0 in den nächsten 18 Tagen, wenn der Sack starten wird, mit Freude angegangen werden. Und bis dahin müsste ich dann sowieso noch ein paar weitere Charaktere vielleicht auf Level 80 oder 70 oder 75 so oder so gebracht haben. Auf jeden Fall, im nächsten Part kommt dann erstmal die Sache mit Ruan Maze Candymons. Die wir dann auch ein bisschen kultivieren können. Dann sowieso gibt es, der Sack noch, diese Geruchsmission. Und ansonsten... Ja, Argenti wartet, der Sack noch, auf den Frühjahrsputz auf dem Trailblazer. Also auf dem Astral Express. Wir haben also noch einiges zu tun. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und Ciao. 1